Hallo Leute, ich bin Skigalp und wir spielen heute noch mal ein paar Runden Sky Wars. Wir sehen uns zum gleichen Runden. So wie ihr seht, ist noch mal eine neue Map am Start. Ich habe ja im letzten Video die neue Maps, wie heißt die gleich nochmal, Sokori oder Skori oder irgendwie sowas gespielt und die fand ich nice. Und ich habe hier nochmal eine neue geile Map entdeckt hier. Mit dem Knüppelkit ist sie auf jeden Fall Premium die Map. Ich habe sie schon einmal gespielt und ich habe einfach rasiert, ich habe leider nicht aufgenommen. Ich habe irgendwie sieben Kills oder so gemacht. So schade, dass ich nie aufgenommen habe, aber vielleicht kriege ich sowas ja nochmal hin. Und ja, deswegen probiere ich jetzt einfach mein Glück. Ich habe TNT sogar, alter Klass. Nice, einer down. Den anderen kann ich auch noch machen. Sehr schön, dass die sich aufgeteilt haben, das Team. So. Fakte kommen von oben. Aua. Aber was ist los mit dem? Was ist mit dem Leuten? Na gut. Was ist denn los jetzt mit dir? Ja, fuck, er hat sich schon bilden wir ihm eingebaut. Das gibt es doch nicht. Alter, Leute, nicht dein Ernst. Es ist, es ist, es ist, es ist, es ist. Ich habe gerade auf Twitch einen ersten Test, oder nein, ich habe schon mal eingemacht, aber, hä, wo ist denn hier die erste Kiste? Ach, die ist oben. Ich bin einfach runtergesprungen, ohne die Kiste oben zu looten. Das war ziemlich schlau. So, okay, also jetzt habe ich hier erstmal schon mal ein bisschen Stuff. Äh, ich mache mir jetzt erstmal kein Diamantschwert, sondern ich spare ein bisschen Dias. Also, ich gehe da mal darüber, weil der gut equipped ist. Ich gehe da mal darüber, weil der gut equipped ist. Das habe ich jetzt professionell rausgeschnitten, oder? Ne, habe ich nicht, ähm, so. Ähm, also. Ja, was ist los mit dir? Jetzt zu kommen, oder wird es nicht kommen? Sein oder nicht sein, das hier die Frage. Er ist nicht so mutig, wie ich dachte. Okay, also. Was war? Oh. Alter, der hat mir gut Damage gemacht mit seinem Scheißschwert. So. MLG, habe ich jetzt keinen Bock drauf gehabt. Oh, diese Teile hätte ich auch abbauen sollen, mal lieber. Ja, shit, das habe ich jetzt immer nicht gemacht. Der braucht hier schon. Hey. Fleckte? Irgendwie. Oh, fuck, ich dachte mir, der fliegt. Sehr, jetzt fliegt der. Alter, immer nur, ich spiele nur mit Pussis. Oh, er schlappt auch die, das ist sehr. Nicht posiert, also das ist echt. Da beweist man, dass man. Kira, P, du lebst noch. Nee. Nee, ich tue nur so weiter. Diese Instant Potion, äh, Instant Health Potion 2, die hauen richtig fett rein. Ich sag's euch. Ich hoffe mal einfach, dass ich aufnehme. Oh, der hat, der hat. Da habe ich abgestürmt, im Leid. Oh, der war ein Zauberer. Oh, er hatte den, den Schammittel nicht dabei. Okay. Er hat das, so, das hole ich mal aus. Das ist, ähm, SaybotPG. Er schau dir mal anscheinend meine Videos. Also, Grüße gehen an dich raus. Ich hab dich nicht in die Party eingeladen, weil ich einfach zum Aufnehmen, hab ich ja schon mal in meinem Video gesagt, dass ich nicht so gerne jetzt hier, ähm, mit anderen Leuten aufnehme, na, also, ähm, was fair? Was ist hier fair? Ich würde sagen, du hast ein bisschen bessere Rüstung als ich und das ist schon mal unfair. Okay, Nobler 1, den brauch ich dann eigentlich nicht mehr. Mein Knüppel. So, okay. Das kann man, glaub ich, so lassen. So, okay. Also, ähm, ich bin ziemlich schlecht in Position. Ich glaub, ich hab nicht genug Blöcke, um mich da rüber zu bauen. Alter, der Pilz. Ich konnte da keine Spinnwege platzieren. Alter, der Pilz war. Oh, oh. Da kann ich gut absahnen. Hä? Loll. Ja, da hast du gemacht. Ja, war da hinter mir. Egal. Gigi. Okay, Leute. Noch eine neue Map. Diese Map habe ich noch gar nicht gespielt. Jetzt. Die heißt, äh, Anna. So, wie ich das jetzt verstehe. So. Okay, ich hab schon mal eine Enderpelle. Das ist ziemlich nice. Okay. Oh, zwei Enderpellen. Das ist sogar noch nicer als eine. Wer hätte gedacht, zwei Enderpellen sind nicer als eine Enderpelle? Wo ist ja? Das ist jetzt schon eine echt krasse Sache. Muss ich sagen. Man hat auch irgendwie nebenan so Inseln, hab ich gesehen. Also, es sind mehr Inseln als acht. Aber sind da auch Kisten? Oder sind hier nur Tierwanden? Das wär jetzt mal ne gute Frage. Wer wird die Enderpellen hat? Naja, er hat so knapp drüber geworfen, Alter, dass wir wirklich knapp. Also hauptsächlich wurden die Kisten hier schon gelootet. Ja, ist nichts mehr für mich drin. Aber ich sehe auch, dass ich hier auch noch auf diesen Inseln alle... Ähm... Was? Ich bin so dumm. Ich hatte einfach... Ich bin so dumm. Ich hab da... Ich dachte mich Hotkey so auf die 3. Hab auf die 2 geholt geht. Hab's überhaupt nicht gecheckt. Wie schlecht war das denn? Okay, Leute. Wir probieren's jetzt einfach nochmal. Hier, äh... Auf dieser Map. Das wird wahrscheinlich die letzte Runde heute sein. Ähm, ähm, äh, weil... Ja, reicht glaube ich schon, wieviel... Oh, mein Typ wird gelassen. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil dann habe ich das ganze Kistenloot für mich. Oh. Ja, Stärkertank, oder? Ja, der bekommt halt auch keinen Lockback, oder? Alter. Das war echt knapp. So, aber ich habe sie noch bekommen. Was ziemlich nice ist. So, okay. Also, dann kommt das hier alles erstmal in die Hotbar. Oh, der wurde nicht gelootet. Das ist nämlich auf dieser Map auch so, hm. Das ganz viele Leute diese Kiste oben nicht kennen. Ja, übrigens den Test-Stream, von dem ich euch vorher erzählt habe. Den könnt ihr euch auf Twitch anschauen. Äh, der ist da archiviert. Ähm, ist jetzt... Also, die Qualität ist ziemlich beschissen. Da muss ich noch an den Einstellungen jetzt rum... rumhantieren, aber... Ähm, ja. So, danke. So, okay, dir ist halt... Der keine mehr. Easy. Mit einer Hand, Alter. Das war ziemlich traurig für ihn. Oh, der ist da. Gut, dass er die Kiste aufgemacht hat, sonst hätte ich ihn gar nicht bemerkt. Dann hat er nämlich easy-geweckt. So, es ist auch schon Finale. Ich habe, äh, glaube ich... Ich weiß nicht, ob ich besser das hier für ein paar habe. Wenn er jetzt eine Angler auspackt. So. Aua. Er hatte sogar einen Angler, glaube ich, aber er hat es nicht. Sehr schön. GG. Gut gespielt, auf jeden Fall. Da habe ich wieder eine Runde gewonnen. Also, ich meine, ja, gut. Ja, ähm... Ich würde sagen, das war es dann von dieser Folge Skywars. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.